Andy Scott, sehr willkommen in Rheinbach. Wir sind sehr stolz, dich hier zu haben. Und ein heißer Willkommen von allen Rheinbacher Leuten, die heute kommen. Wir haben eine großartige Show. Erinnerst du, dass du hier vorhin warst? Ja, du hast gesagt, ein warm Willkommen. Es ist ein sehr warm Willkommen. Es ist ein heißer Tag heute, also wir sind ein bisschen zu schweißen. Ja, ich erinnere mich, dass wir hier vorhin waren. Ich glaube, du hast gesagt, es war 2009, also es ist schön, dass wir wieder zurückkommen. Und wir werden uns hoffen, dass das Wetter bleibt, wie es ist, aber es kühlt sich ein bisschen, wenn wir spielen. Ich denke, es wird kühlt, weil du am 10.00 Uhr startest und dann wird es viel besser. Ich weiß, dass ich heute auch ein von den Musikern bin. Und ich spiele früher. Okay, du machst jetzt deine letzte Tour? Das bedeutet, dass wir die letzte Zeit in Rheinbach hören werden? Nicht wirklich. Wir haben darüber gesprochen, dass wir etwas anders machen. Ich glaube, es ist sehr, 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 sehr. Wir machen ein Rock Club Tour in Deutschland, jeden Jahr, jeden 18 Monate. Und das ist das Kühlt, weil wir spielen für ungefähr zwei Stunden auf dem Punkt. Es ist ein Show special, wo wir in die Musik mehr schweren. Und das ist das, was ich gesagt habe, dem Mann, der schaut nach uns in Deutschland. Und ich habe gesagt, wir können nicht mehr so viel machen. Also können wir das machen. Wir kommen hier für eine Woche oder zehn Tage. Und wir machen sechs Shows, vielleicht, mit GAPs. Aber in der Finale, ich mache nichts. Nein, ich glaube, ich kann nichts machen. Ich muss etwas machen. Okay, also hast du keine Pläne für die Arbeit in der Garten? Nein, nicht die Garten. Nein, nein. Okay, so nach Rheinbach hier in September, ich glaube, hast du eine Tour durch Deutschland in 19 Städten. Das ist ziemlich schwer. Ja, wir haben bereits in drei oder vier Städten gekauft. Wir haben entschieden, dass wir zwei extra Shows in setzen. Und wir werden sehen, wie sich das entwickeln. Aber ich denke, dass die Leute wissen müssen, dass das vielleicht die letzte Zeit, dass wir zu bestimmten Bereichen kommen. Es könnte sein. Also, vielleicht besser kommen und sehen uns jetzt. Ja. Ich weiß, dass das Rock'n'Roll-Musik ist ziemlich schwer. Und du machst das dein Leben. Also, du denkst, dass du so weitergehen kannst? Du hast gesagt, nein, du machst weniger Shows. Aber jeder denkt hier, dass das letzte hier ist. Es könnte wohl sein, dass das letzte hier sein wird. Aber ich hoffe, dass mein... Ich habe ein großes Herz. Vielleicht kann es weitergehen. Aber ich will nicht immer aufhören, zu machen Musik. Ich will einfach nicht so viel auf der Straße sein. Und Finale ist auch der Titel eines Albums. Wir haben ein 4-CD-Album, das Spanns der 30 Jahre von der Band, seit der original Band in den 70er Jahren. Aber wir gehen weiter. Und vielleicht ist das Punkt der Cut-Off, wo wir versuchen neue Dinge in der Zukunft. Ich habe bereits gearbeitet, mit Susie Quattro und Don Powell aus Slade. Wir haben ein kleines Projekt, das wir mit den letzten 6 Monaten bis ein Jahr. Und das wird beginnen, die Leute hören werden bald. Wir spielen auch auf Rock Meets Classic im nächsten Jahr. Aber nur ich und meine Singere. Und das wird anders sein. Nur 3 oder 4 Songs. Es ist eine andere Idee. Das bedeutet, dass du eine große Orkestra im Hintergrund? Ja, genau. Du machst das auch in Deutschland? Es ist in Deutschland. Rock Meets Classic. Ich habe gehört, dass... Oh! Oh! Ja, ein Band weiß nicht, wie das PA-System funktioniert. Ja, ich habe gehört, dass Uriah Heep auf dieser Tour sein wird. Und auch der singler aus Europa, Joey. Und ein paar andere Leute. Es sollte ein interessantes Länge sein. Du bist in Deutschland. Ich glaube, ist die deutsche Zuschauer speziell? Oder du magst Deutschland? Ich liebe Deutschland. 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 Ich liebe Und bin damit in Deutschland. weil es passiert, denn ich bin nicht so. Wenn ich eine große Menge von Leuten sehe, dann versuche ich zu diesem Weg. Aber du bist nicht schade? Ich bin nicht schade, nein. Aber ich weiß, was du sagst. Was werden wir heute hier? Willst du deine Hits spielen? Ja, wir werden die Hits spielen, aber es wird ein paar extra, vielleicht ein paar von heavy tunes, ein paar Dinge, die wir gerade gemacht haben. Aber eine große Teil des Sets, die wir spielen, werden die großen Hits sein. Ich freue mich, Hellraiser zu hören. Ich mag das. Ja, dann wäre es nah am Anfang. Das ist Rock'n'Roll. Okay, Andy, willst du etwas sagen, die Zuschauer hier in Rheinbach sagen? Nein, einfach, wenn du dich aufhörst, denn ich werde. Danke, Andy, und aufhörst du den Show. Vielen Dank. Ich vers zurück. Vielen Dank.